Wir haben jetzt gleich die Präsentation hier vom Lamborghini Urus. Ein Lamborghini Urus in Roberto Gassini Design. Das haben wir hier bei Pure Energy auf dem Stand präsentiert, letzte Woche Freitag. Und der kommt sehr, sehr, sehr gut an. Die Medien haben sehr gut darüber berichtet. Was mich auch sehr, sehr stolz macht, dass wir das mit Robert als gemeinsamer Partner durchziehen. Es kommen auch auf jeden Fall viele weitere Autos. Also nicht nur der Urus, sondern wir machen jetzt den Reus Reus. Und ich glaube, ich lasse lieber, ich sage es nicht, lasse ich überraschen, was noch kommt. Sonst verrate ich zu viel, dann ist die Überraschung weg. Manche Leute haben sich beschwert, so ein bisschen bei dem Auto, wegen Spaltmassen. Leute, also diese Spaltmasse, das sind keine Spaltmasse, das muss so sein. Ja, also, ja, das ist auf jeden Fall gewollt und nicht irgendwie schlecht verarbeitet. Nur zur Information. Ja, auch hier an der Tür muss ein Spalt bleiben, sonst kriegt man die Tür nicht auf. Oder das eine Teil schleift an dem anderen. Nur zur Information, für alle, die hier was zu bemängeln hatten. Ja, also, Robert und ich finde das Auto sehr gut. Ja, manche Teile am Auto sind als Prototyp in 3D-Druck. Ja, das haben wir, glaube ich, in dem Video schon gezeigt. Oder wir zeigen das noch, ja. Ich glaube, wir zeigen das noch. Zum Beispiel diese Luftanlasrahmen. Das sind Prototypen in 3D. Ja, auch die Seidenschweller hier. Die haben wir komplett in 3D gedruckt und am Auto quasi befestigt, ja. Ein paar Sekunden später. Weißt du wie, ne? Ende, du musst eine Ruheklappe, Bucht drauf einlaufen, Rausdottung, Bremse. Ich drehe diesmal nicht aufs Gas. Ich drehe nicht aufs Gas. Okay. Das ist ein bisschen Winter, das ist eine coole Pistole. Nein, überhaupt nicht. Was fragst du eher so straff zu fahren oder schon eher so S-Klasse? Ja, nee, nee, nicht so richtig. Okay. Nee, nicht der Dessau. Also, lieber ein bisschen, ist ja eh ein SUV, der ist ja sowieso gemütlich, aber doch eher dann hart. Das ist für mich der Beste. Ja? Eigentlich ja immer Cayenne, aber mein, gefahren bin ich jetzt nicht. Aber ich meine, so von einer Anmutung, wenn ich drauf gucke. Den Levante finde ich auch sehr schön, den bin ich auch schon gefahren. Stimmt. Aber der ist natürlich noch spurgiftiger. Aber schön, dass du sagst, dass es gut ist. Ja, gefällt mir. Meine zweite männliche Hälfte. Ich hab den wirklich ganz gern. Ja, ich dich auch. Wir haben uns lieben gelernt in der Rekordzeitverliebtheit, muss man ehrlich sagen. Wir kennen uns doch gar nicht so super. Ich glaube, wir kennen uns eigentlich schon lange. Ja. Haben aber nie was zusammen gemacht. Und jetzt ist sehr viel Kontakt, muss man ehrlich sagen. Und nicht nur wegen Projekten, auch so. Wegen privaten Sachen, weiß nicht, dass wir so besprechen. Und das ist echt viel. Ja, finde ich auch. Ich mag den wirklich nicht nur, weil er so bekannt ist, sondern einfach wirklich, weil wir uns privat sehr gut verstehen. Und wirklich fast jeden Abend zusammen schon ein Rezept schreibt. Das stimmt, wirklich. Das ist ja schon fast wie eine Ehe, dass man sich gute Nacht schreibt. Und er hat auf jeden Fall ein Talent. Er schafft immer die längsten Prozess-Nachrichten zu schicken, die ich je mal im Leben bekommen habe. Und trotzdem bleibt am Ende nur Ja. Ja, genau. Und es sind trotzdem so ein Ableuten in Island gehen. Das ist mein Talent. Nachsinn. Polnisches Talent, ja. So. Was haben wir denn heute zu zeigen? Erzählen wir du vielleicht. Ja, ein Mustang, der mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Der einen, finde ich, sehr neuen Stil hat, weil es die Verbindung ist von altem Design, gepaart mit wirklich modernen Elementen. Und das ist ein sehr eigentliches Thema, weil das geht ganz oft in die Hose und sieht auch ganz schnell wirklich nicht so gut aus. Aber dieses Auto steht wirklich perfekt da und hat eine extrem gute Optik und hat auch ein sehr gutes Proportionsverhältnis. Vor allem, wenn er abgelassen ist, was ich jetzt gerade sehe, was er auch gerade tut. Und ein sehr, sehr attraktives Auto. Ja, vielen Dank. Wirklich vielen Dank. Machen wir mich stolz. Machen wir uns noch einmal bedanken bei PoEnergy, meine Damen, die da neben uns ist, für den Platz, dass wir die Präsentation hier bei ihm haben, auf dem Stand. Ja, vielen Dank nochmal. Und ich würde mal vorschlagen, ist das dumm? Ja, wir gehen rüber. Ja, also Achtung, wo ist Sascha? Ganz wichtig. Von vorn nach hinten oder hinten nach vorn? Was sagst du? Von vorn nach hinten. Von vorn nach hinten. Von vorn nach hinten. Okay, come on. Go, ready? Oh, okay. Die ganze Story, wo ich es gerade sehe, fällt mir ein. Du hast immer eine Vorgesprache. Ja, zwei Jahre. Ob wir das heute noch zusammen machen sollten. Und ich habe mich das damalige Bildern geschickt, wie es aussehen sollte. Und da war meine Ernstheit dabei, das kann man so gut machen. Das kann man so gut machen. Das ist echt krass. Jetzt auf den Kopf zu sehen, weil es auch so echt mega extrem krass aussieht. Weil es ist irgendwie immer noch ein alter Nostradistum-Style. Aber es kommt hier auf und jetzt. Und ja. Also ich bin perfekt. Ich bin echt perfekt. Kann man die Teile kaufen? Nein. Nein. Was heißt absolut? Nein. Es gibt absolutes Haltzerstücken. Ja, weltweit. Und ja, das ist von der Vorsitzende von der Mauer. Ach so, okay. Hallo. 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 Hallo.